Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Channel. Wir spielen heute das wahrscheinlich absolut dürche und drogige und verrückte Spiel Dropsy. Ich habe es selbst noch gar nicht gespielt, ich habe nur ein paar Screenshots bei Steam gesehen und dachte nur, okay, das muss ich mir unbedingt angucken. Okay, Omi in Schlüpper, alles klar. Okay, Zirka ist abgefackelt. Oh, ein Wufel. Okay, das sind, glaube ich, wir. Der Clown Dropsy. Heißt der Clown Dropsy? Ich glaube. Es ist ein Point-and-Click-Adventure, wie man unschwer erkennen kann. Ja, schauen wir mal, was man hier so machen kann. Okay, traurige, verstörende Bilder. Ist das Blut? Keine Ahnung. Kommt hier irgendwas, komme ich hier wieder raus? Okay. Alles klar, insgesamt alles sehr verstörend. Kann man das... Kann man nicht. Hm, okay. Okay. Oh, Geister. Lass mal hier gucken. Ah, hier kann man was machen. Ach, ist das ein Xylophon oder sowas? La-di-da, la-di-da, la-la-la-la-la. Okay. Lassen wir das. Ah, mit denen kann man sprechen. Okay. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oh, jetzt ist er ganz alleine. Mit dem können wir nicht reden. Der sieht uns aber auch sehr ähnlich, oder? Sind wir das? Waren wir das mal? Keine Ahnung. Oh. Die Tiere. Sind das die Tiere, die... Oh, sind die im Zirkus gestorben? Oh nein. Nein. What the fuck? Alles klar. Was war das? Ganz ehrlich. Das ist doch hier ein einziger Drogentrip, oder? Yay. Oh, jetzt sieht das freundlicher aus. Die sehen jetzt auch freundlicher aus. Insgesamt alles viel freundlicher jetzt. Was? Okay, keine Ahnung, was da steht. Ah, man kann es jetzt umstellen. Irgendeinen Western, Cowboy-Film, was auch immer. Godzilla. Okay. Ganz schön viele Fernsehprogramme. Eine Kochsendung. Yay. Achso, da geht nur an und aus. Okay. Ah. Okay. Folgt uns der Hund jetzt? Der Hund folgt uns. Oh, wie toll. Das finde ich toll. So. Machen wir mal. Ups. Alles klar, ich habe zu dicke Finger. Ich drücke direkt mehrere Tasten gleichzeitig. Ah, das ist ja dumm. Wer ist das? Da gehe ich jetzt noch nicht durch. Gucke mich erst hier weiter um. Wir haben Zeug eingesammelt. Alles klar. Das einmal angucken, bitte. 001. Steht da Emergency? Das ist eine komische Pixelschrift. Erinnert mich fast an Kyrillisch. Okay. Man merkt nicht, ich kann kein Kyrillisch lesen. Es hat wahrscheinlich null Ähnlichkeiten damit, aber egal. Das Badezimmer. Das Badezimmer. Sieht sehr einladend aus. Nicht nochmal reingucken. Schüttelt der Kopf. Nein, nicht gucken. Klo. Oh. Okay. Clown war auf dem Klo. Wie geht es da noch weiter? Das ist die Dusche wahrscheinlich. Okay, da geht es nicht weiter. Alles klar. Was ist denn hier oben eigentlich? Das ist der Hund. Huch. Huch. Ach, wir können auch den Hund spielen. Okay. Was macht das? Welch? Ist das umarmen? Dann umarmen wir mal den Hund. Ah. Hallo. Umarmen. Das ist wahrscheinlich unser Inventory. Kekse und ein Bild. Ach, guck mal. Das Bild. Kann man das da hinstellen? Okay. 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 Weil ist das nicht die Blonde, äh, Blonde wollte ich schon sagen, Blauhaarige. Da. Hallo. Gehört das Bild da hin? Hallo. Huch. Huch. Nein. Okay. Ist das eine Map? Ah, da ist die Blauhaarige. Zu der müssen wir wahrscheinlich hin. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man da drauf klickt, weil das so abseits ist. Habe ich ein bisschen Angst, dass das einfach das Spiel beendet. So, hier sind die Einstellungen. Oh, die Musik ist aus. Ist mir gar nicht aufgefallen. Alles klar, jetzt haben wir Musik. Miep. Oh Gott, nee. Das mache ich aus. Quietschende Schuhe bei jedem Schritt brauche ich jetzt nicht. Da kann doch bestimmt der Hund durch, oder? Kann der Hund da durch? Ah, guck mal. Ein Hydrant. Erstmal dranpissen. Klar. So durch das Spiel einfach nur. So durch. Sonst kann der Hund aber nichts machen. Das ergibt voll viel Sinn. Ich bin mir gerade noch nicht sicher, ob ich die Musik anlassen soll oder gleich wieder ausmache. Ich bin nämlich gerade sehr laut auf dem Ohr. Ich weiß nicht, ob das nicht auf Dauer störend ist. Ich lasse es erst mal. Das ist was, was man sich jetzt merken muss. Da stehen Zahlen dran. Eins, zwei, drei, fünf, neun. Aber machen kann ich da gerade auch nichts. Nee. Oh mein Gott. Ein Huhn. Ein fettes Huhn. Hühnchen hat Hunger. Was ist das? Ein fettes Huhn. Hühnchen hat Hunger. Geben wir Hühnchen mal ein paar Kekse. Alles klar. Ah, warte. Ja. Ja. Okay. Der kennt die Blauhaarige und fragt nach einem Geschenk. Laufen. War das letztes Bild eines Grabs? Ja. Äh. Okay. Ja. Toll, jetzt hat er uns die Map gezeigt. Die ich kurz vorher schon entdeckt hatte. Ist aber auch egal. Eine Tomate. Okay. Hund. Geschenk. Hund buddelt. Hund buddelt Geschenk aus. Hallo? Nein? Hä? Ich dachte. Hund. Geschenk. Blauhaarige. Geschenk. Hund buddelt. Ja, aber... Wo buddelt denn der Hund, wenn nicht dort? Da guckt er nur. Nur gucken. Was ist denn das? Ah, da Hund buddeln. Alles klar. Dann holen wir den Clown. Dum-di-dum-di-dum-dum-dum. Kann ich das? Nein, kann ich nicht. Boah. Hund hat was ausgebuddelt. Eine alte Socke? Wir schenken dir doch keine alte Socke zum Geburtstag, oder? So, ich wäre, glaube ich, gerne in den Schuppen gegangen. Bevor ich hier... Hallo? Bevor ich hier die Map verlasse. Die Map, sage ich mal, die... Die Örtlichkeit, was auch immer. Okay. Na gut. Dann also doch da lang. Oh, es geht noch runter. Okay, dann gucke ich jetzt doch mal auf die Map. Dann hätten wir doch erst da... Okay. Ja, wie gesagt, ich spiele das Spiel gerade zum ersten Mal. Ich kenne mich hier noch nicht so aus. Also kann es durchaus mal passieren, dass wir häufiger mal, äh, dumm hin und her laufen. Eichhörnchen! Nicht abhauen! Nicht abhauen! Liebe! Liebe haben wir! Liebe! Liebe! Noch mehr Liebe! Liebe! Haben wir irgendwas für das Eichhörnchen? Eine Tomate? Magst du eine Tomate? Nein. Okay. Keine Tomate. Okay. Okay, dann der Hund. Auch nicht, weil der... Oh, der Hund hat hier so geschnüffelt. Oh nein, der Klau! Hilfe! Oh, ganz traurig. Alles klar, das kann doch der Hund erledigen. Ich dachte, der pinkelt da jetzt einfach drauf. Wissen wir, wer es das Mädchen tröst. Liebe! Hm. Okay. Hund soll buddeln. Okay. Wo buddelt denn der Hund? Ah, süß! Okay. Geht's nicht lang? Wo buddelt denn der Hund? Der Hund kommt hier nicht weg. Geil. Ich wollte dem Mädchen helfen. Ich weiß nur nicht wie. Gott, wer seid ihr denn? Mag keine Clowns. Oh. Mag keine Clowns. Oh. Armadropsy. Okay. Eine Kiste. Die du nicht öffnen kannst. Der Hund ja wahrscheinlich auch nicht. Nope. Was haben wir denn im Inventar? Aber auch nichts brauchbares. Okay. Okay. Ah, guck mal. Alles klar, wer auch immer du bist. Alles klar, wer auch immer du bist. Hände weg. Okay. Der Hund macht da auch nichts. Okay. Kain. uter. Kain. Wah. Beware. Hui. Buh. Yang. Buh. Buh. Yeah. go. Vielen Dank.